Herzlich Willkommen zurück zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir sind beim Thema Inhalt der Leistungspflicht und da konkret beim Thema unbestimmte Leistungsgegenstände. Das heißt, wir werden uns heute beschäftigen mit Leistungsbestimmungsrechten, Gattungsschulden und Ersetzungsbefugnis. Wir haben dazu einen rechtvollen Plan, wie Sie sehen. Und deshalb fangen wir direkt an mit der Wiederholung von dem, was wir letzte Woche Donnerstag gelernt haben. Und dazu habe ich Ihnen wieder einige kürzere Fragen vorbereitet, nämlich auf dieser Folie. Vielen Dank. Schauen wir mal, Teilleistungen dürfen immer abgelehnt werden. Aus welchen Paragraphen ergibt das sich, dass man sie grundsätzlich ablehnen kann? 266 BGB. Warum stimmt diese Aussage dann trotzdem nicht? Wann darf man eine Teilleistung ausnahmsweise mal nicht ablehnen? Ja, wenn es gegen Treu und Glauben verstoßen würde, da hatten wir diesen Fall, Sie erinnern sich, mit dem Geldkoffer. Und wenn da 5 Euro fehlen, kann ich ihn nicht wieder zurück nach Hause schicken, weil er im Zweifel dann überfallen wird auf dem Weg. Es gibt noch eine weitere Ausnahme, denn die Norm ist abdingbar. Wir haben Vertragsfreiheit im BGB. Sie können also sagen, ich nehme auch Teilzahlungen an. Der wichtigste Fall ist die Ratenzahlung. Sie kennen das, wenn jemand sagt, ich will das Geld nicht komplett, sondern ich nehme jeden Monat 100 Euro. Das ist auch zulässig. Zweite Aussage. Man darf fremde Schulden begleichen, wenn nicht sowohl der Gläubiger als auch der Schuldner dagegen sind. Woraus ergibt sich das? 267 Absatz 2. Und wenn Sie die Norm lesen, sagt die, der Gläubiger darf nur ablehnen, wenn der Schuldner widersprochen hat. Das heißt, beide müssen Nein sagen. Wenn nur der Schuldner Nein sagt, greift 267 Absatz 1 Satz 2, wo drin steht, der Zustimmung des Schuldners bedarf es nicht. Wenn nur der Gläubiger widerspricht, greift 267 Absatz 2 und der sagt, er darf nur ablehnen, wenn auch der Schuldner widersprochen hat. Das heißt, es müssen beide widersprechen. Dritte Aussage. Wer fremde Schulden bezahlt, kann vom wahren Schuldner das Geld aus 267 BGB zurückverlangen. Das ist relativ offensichtlich. Wenn Sie den 267 lesen, ist das keine Anspruchsgrundlage. Da steht nicht drin, irgendjemand kann von irgendjemandem etwas verlangen. Und dass das nicht so sein soll, das sehen Sie in 268. Wenn Sie sich 268 angucken, dann sagt 268 Absatz 3, soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ihn über. Das heißt, wir haben dann einen Gläubigerwechsel. Das gilt aber nur bei 268. Und ich habe Ihnen gesagt, 268 kommt in Klausuren eigentlich nie dran. Das heißt, merken Sie sich, aus 267 gibt es keinen Anspruch gegen den wahren Schuldner auf Zahlung. Welche Ansprüche es gibt, lernen Sie nächstes Semester. Das ist nämlich Geschäftsführung ohne Auftrag oder Bereicherungsrecht. Und das ist gesetzliche Schuldverhältnisse. Dann, grundsätzlich müssen Pflichten nicht höchstpersönlich erfüllt werden. Woraus können wir das indirekt entnehmen? Das ist jetzt etwas schwierig. Ja? Ja, 164 betrifft aber nur Willenserklärung. Die meisten Pflichten sind ja nicht die Abgabe einer Willenserklärung. Die meisten Pflichten sind ja Handlungspflichten. Da müssen wir etwas prickreich rangehen. Ja? Ich habe gesagt, dass die 168 Absatz 1, wenn wir die Schulden angebildeten, die Gleichung zu lassen würden, dann müssen wir es natürlich nicht leisten. Aber es gibt Ausnahmen, die man bei Künstlern oder bei Arbeitnehmern. Ja, in der Tat, der 267 sagt, man kann nicht einen Dritten leisten lassen. Aber dummerweise setzt er ja gerade voraus, hat der Schuldner nicht in Personen zu leisten. Also könnte man ja sagen, wenn der immer in Personen leisten muss, hat 267 eigentlich keinen Anwendungsbereich. Aber wenn Sie das BGB durchblättern, werden Sie feststellen, es gibt ganz wenige Normen, wo drinsteht, dass jemand etwas persönlich machen muss. Wir haben uns letzte Woche ganz kurz mal angeguckt, Paragraf 613 BGB zum Beispiel. Und wenn Sie sich den 613 Satz 1 angucken, sagt er, der zur Dienstleistung verpflichtete, hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten. Das bedeutet, wenn Sie sich zu einem Dienst verpflichten, können Sie nicht sagen, es kommt jemand anderes für mich. Wenn Sie einen Handwerker bestellen, muss dieser Handwerker kommen und nicht ein anderer. Dasselbe haben wir nochmal in Paragraf 664 für den Auftrag. Da steht drin, der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einen Dritten übertragen. Das bedeutet auch wieder, Aufträge muss man persönlich erfüllen. Wenn Sie also jemanden haben, der Ihnen beim Umzug hilft, ohne Geld dafür zu bekommen, dann ist es ein Auftrag. Ich beauftrage jemanden, dass er mir beim Umzug hilft. Dann darf er nicht jemand anderen statt sich schicken. Wenn Sie sagen, ich fahre dich morgen zur Uni, dann müssen Sie das im Zweifel persönlich machen und können nicht irgendwie Ihre Mutter schicken. Das sagt 664. Und weil es diese Norm im BGB an manchen Stellen gibt, kann man sagen, überall, wo nichts drin steht, können Sie auch jemand anderen die Pflicht erfüllen lassen. Also weil es Normen gibt, die sagen, da ist es so, ist es für alle anderen Fälle logischerweise anders, denn sonst hätten wir den Paragraf auch weglassen können. Das nennt man einen Umkehrschluss. Ah, toll. So. Wir gucken weiter. Okay. Ja, schauen wir mal. Im Zweifel muss die Leistung zum Gläubiger gebracht werden. Woraus ergibt sich, dass das nicht der Fall ist? Ja, 269 Absatz 1, der sagt uns nämlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Im Zweifel muss man Sachen immer abholen. Im Zweifel muss der Gläubiger die geschuldene Leistung abholen, die wird nicht zu ihm gebracht. Das heißt, steht im Gesetz genau das Gegenteil, einfach. Im Zweifel trägt derjenige das Risiko, dass die Lieferung beschädigt wird, der die Transportkosten trägt. Das heißt, wer die Lieferung bezahlt, riskiert auch, dass der Lieferant schlecht ist. Ist das der Fall? Woraus ergibt sich, dass das nicht der Fall ist? Ja? 269 Absatz 3 sagt, es ist nicht so, dass die Pflicht zur Zahlung der Kosten für den Transport zwingend damit einhergeht, dass man auch die Verantwortung dafür übernehmen will, dass der Transporteur das richtig macht. Man kann also jemanden bezahlen und sagen, ich hafte aber nicht dafür, dass dieser Mensch richtig arbeitet. Der ist nicht Erfüllungsgehilfe, was wir schon mal angesprochen hatten. Jetzt wird es schwieriger. Bei einer Schickschuld trägt der Gläubiger die Gefahr, dass die Ware beim Transport beschädigt oder zerstört wird. Die Aussage ist richtig. Wir haben nur folgendes Problem. Die Schickschuld ist im Gesetz nicht geregelt. Das bedeutet, wir müssen das entnehmen dem 269 Absatz 1, wo drin steht, auch wenn der Verkäufer die Ware der Transportperson übergibt und nicht dem Kunden, handelt hier die Post oder der Spediteur oder DHL oder Hermes nicht für den Versender, sondern für den Empfänger. Im Grunde ist es so, Sie schicken die Post dahin, damit die Post die Sache für Sie abholt. Und damit hat der Versender, also der Verkäufer, seine Pflicht bereits dann erfüllt, wenn er die Sache dem Transporteur in die Hand drückt. Mehr muss er nicht tun. Mehr kann er auch nicht tun, weil er kann nicht mitfahren und gucken, ob die Ware bei Ihnen ankommt. Das heißt, bei der Schickschuld handelt die Transportperson in ihrem Interesse nicht im Interesse des Schuldners. Die Transportperson handelt für den Gläubiger, nicht für den Schuldner. Können wir im Gesetz, wie gesagt, nur aus dem 269 Absatz 1 herleiten, der sagt, der Schuldner soll seine Pflicht da erfüllen, wo er zu Hause ist und das kann er nur, indem er es der Transportperson gibt. Alles, was danach kommt, ist nicht mehr sein Problem. Letzter Punkt. Immer wenn der Gläubiger die Ware an einem vom Schuldner bestimmten Ort abholen muss, liegt eine Hohlschuld vor. Dass das so ist, folgt schon aus dem Wort Hohlschuld. Abholen, Hohlschuld. Ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie sagen, Abholen liegt nur vor im Fall des 269 Absatz 1. Das ist nicht zwingend. Es kann sein, dass der sagt, meine Ware liegt im Lager sowieso, fahren Sie bitte dahin und holen Sie es da ab. Die müssen nicht in seinem Geschäftssokal liegen. Er kann eine Lagerhalle irgendwo gemietet haben und sagen, da liegen die Sachen. Oder er sagt, Ihr Holz liegt im Wald, holen Sie es im Wald ab. Der muss es nicht erst in sein Geschäft holen, damit der Gläubiger es da abholen kann. Hohlschuld kann auch irgendwo sein, wo der Schuldner sagt, dass der Gläubiger hin soll. Letzter Punkt von dem, was wir am Donnerstag gelernt haben. Wir haben gesprochen über Leistungszeit. Wir haben gleich gesehen, eben ging es um Ort, jetzt geht es um Zeit. Und bei Zeit wollten Sie alle schon nach Hause, weil es Zeit war, Feierabend zu machen. Aber vielleicht ist ja irgendetwas doch noch hängen geblieben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann sehen Sie da, unterscheidet das Gesetz zwei Varianten. So kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken. Wenn die Aussage nicht zutrifft, welche der beiden Varianten ist dann wohl die Fälligkeit? Ja? Genau, die erste Variante, der Gläubiger kann die Leistung verlangen. Und ich habe Ihnen gesagt, Fälligkeit ist ganz wichtig, Sie dürfen vor der Fälligkeit nichts verlangen. Bevor es fällig ist, haben Sie keinen Anspruch, der Anspruch ist erstmal nicht durchsetzbar. Erst in dem Moment, wo er fällig wird, können Sie ihn durchsetzen und der Anspruch geht dann auch komplett durch. Fälligkeit und Erfüllbarkeit laufen grundsätzlich parallel. Erfüllbarkeit meint logischerweise, an dem, was wir eben gesagt haben, den Zeitpunkt, ab dem der Schuldner leisten darf. Fälligkeit, ab dem der Gläubiger Leistung verlangen darf und der Schuldner leisten muss. Erfüllbarkeit, ab der Zeitpunkt, ab dem er leisten darf. Fälligkeit muss, Erfüllbarkeit darf. Die laufen nicht grundsätzlich parallel, weil, das sehen wir in § 271, Absatz 2. Grundsätzlich, wenn eine Leistungszeit vereinbart ist, betrifft die nur die Fälligkeit. Das heißt, den Zeitpunkt, ab dem er leisten muss. Ich darf grundsätzlich immer sofort leisten. Und wenn ich einen Zeitpunkt vereinbare, heißt es im Zweifel nur, die darf nicht vorher verlangt werden. Das heißt, im Zweifel fällt es immer auseinander, sobald eine Vereinbarung vorliegt. Ja, bei einer Stundung wird im Zweifel nur die Fälligkeit hinausgeschoben. Das ist genau das, was § 271, Absatz 2 sagt. Das ist § 271, Absatz 2 mit dem Wort Stundung umschrieben. Man sollte in jeder Klausur etwas zur Leistungszeit schreiben. Nein, genauso wenig wie zum Leistungsort. Sie müssen in der Klausur immer gucken, spielt das hier überhaupt eine Rolle. Wenn Sie einfach so einen Lehrsatz reinmachen, im Zweifel durfte er sofort leisten, ist das völlig überflüssig. Nur dann, wenn es dazu etwas zu sagen gibt, schreiben Sie auch etwas dazu. Denn sonst schreiben Sie sich die Finger wund und schaffen es nicht mal in 20 Stunden die Klausur fertig zu kriegen. Wenn Sie jede denkbare Problematik diskutieren. Ob die Leute minderjährig sind, dafür ist nichts ersichtlich. Ob die vielleicht, weiß ich nicht, verrückt sind. Das können Sie alles diskutieren, aber das bringt Ihnen in der Klausur keine Pluspunkte. So, damit Sie sehen, es gibt ein System, wieder unser Überblick. Letzte Woche Donnerstag haben wir darüber gesprochen, wie, wer, wo und wann zu leisten ist. Sie erinnern sich, habe ich gerade wiederholt. Heute, was gilt, wenn Leistungspflichten unbestimmt sind? Und morgen geht es dann weiter mit allgemeinen Regelungen zu einzelnen Leistungspflichten. Das heißt die 241 bis 261. Das bedeutet, wenn wir das durchhaben, dann haben wir im Grunde schon mal ungefähr die Hälfte vom allgemeinen Schuldrecht erledigt. Was dummerweise nicht die Hälfte der Vorlesung ist, sondern nur ein Viertel der Vorlesung. So. Wir wiederholen ein bisschen von dem, was Sie letztes Semester gelernt haben. Sie haben letztes Semester gelernt über die Essentialia Negocii. Sie sehen hier einen gelben Sportwagen. Und die Fälle, die Sie im ersten Semester gelernt haben, waren immer so. K sagt, ich möchte dieses Auto. Und V sagt, okay, 100.000 Euro, Einigung und fertig. Gemeint ist immer dieses Auto. Das heißt, dieses Auto, was genau vor mir steht, identifiziert dadurch, dass ich es greifen kann. Ich kann die Hand drauflegen und sagen, ich will dieses Auto. In der Praxis funktioniert das bei Gebrauchtwagen ganz gut. Sie sehen den Gebrauchtwagen vor sich, gucken und sich an und sagen, ich will genau diesen Gebrauchtwagen. Das nennt man eine Stückschuld. In dem, was Sie jeden Tag machen, ist die Stückschuld nicht der Regelfall. Im Gegenteil, wenn Sie einen Neuwagen kaufen oder wenn Sie was im Internet bestellen, dann gehen Sie davon aus, dass es mehrere Wagen gibt. Sie wissen also im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gar nicht, welchen von diesen Wagen Sie bekommen werden. Diese Frage klärt sich erst dann, wenn das Auto bei Ihnen angekommen ist. Es ist sogar denkbar, wenn Sie einen Neuwagen kaufen, dass es diesen Neuwagen noch gar nicht gibt. Der muss erst im Werk hergestellt werden, bevor Sie ein Auto haben. Das heißt, für diese Fälle ist der Leistungsgegenstand unbestimmt. Sie möchten zum Beispiel einen beliebigen neuen VW Golf, dann sagen Sie nicht, Sie wollen die Fahrgestellnummer XY, weil den gibt es ja vielleicht noch gar nicht und die kennen Sie auch gar nicht. Und das nennt man Gattungsschuld. Auch das ist nicht so schwer. Sie können aber auch, was noch schlimmer ist, sagen, ich schließe einen Rahmenvertrag. Das hat man zum Beispiel bei Leasingverträgen oft. Und dieser Rahmenvertrag sagt, ich nehme ein Auto und zahle schon mal 100.000 Euro. Welches Modell oder welche Farbe es haben soll, sage ich erst später. Da muss ich meiner Frau reden. Ob ich ein pinkes Auto will oder ein gelbes Auto will, soll meine Frau entscheiden. Das heißt, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wird gesagt, das Auto soll 100.000 kosten. Aber welche Ausstattung es haben soll, im Sinne von Farbe, Sitzbezüge oder ähnliches, das entscheide ich erst später. Der Preis ändert sich nicht. Nur das Auto. Solche Verträge gibt es. Und das sind Leistungsbestimmungsrechte. Das sind die drei Sachen, die uns jetzt etwas näher beschäftigen. Und wir fangen mit dem an, was für Sie am wahrscheinlich komischsten ist, mit dem Leistungsbestimmungsrecht. Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen, wir haben bei Schuldverhältnissen immer einen Gläubiger und einen Schuldner. Manchmal haben wir auch zwei Gläubiger. Beim Kaufvertrag ist der Käufer Gläubiger der Forderung auf Übergabe und Übereignung. Und der Verkäufer ist Gläubiger der Forderung auf Kaufpreiszahlung. Das heißt, es gibt zwei Gläubiger. Jetzt in unserem Fall sagt der Gläubiger je 1000 Euro und die geschuldete Leistung ist dann das, was er sagt. Umgekehrt können wir es auch so machen, dass der Schuldnerliebe stimmt. Das ist eine Abweichung von dem, was Sie im letzten Semester gelernt haben. Im letzten Semester haben Sie immer gesagt, der eine sagt 1000, der andere sagt ja. Oder der eine sagt, wie viel willst du, dann sagt der andere 1000, dann sagt er wieder ja. Hier haben wir die Regelung, der Vertrag sagt, ich verkaufe dir ein Auto, wie teuer es wird, sage ich dir erst hinterher. Sie lassen den Kaufpreis einfach offen. Lücke da, wo Kaufpreis hin muss. Und Sie sagen, der Verkäufer bestimmt den Kaufpreis im Nachhinein. Beim Autokauf dürfte das recht selten vorkommen. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant betreiben würden und Sie würden frischen Fisch kaufen, dann ist der Preis für den Fisch, den Sie bezahlen müssen, ein jeweiliger Tagespreis. Sie zahlen also, wenn viele Fische gefangen werden, werden weniger, als wenn wenige Fische gefangen werden. Und dann sagt Ihr Vertrag, der Fischer oder das Fischereiunternehmen bestimmt den Preis für die Fische. Sie müssen Ihnen jeden Tag 50 Kilo Fisch liefern. Wie viel Sie bezahlen, bestimmen die hinterher. Und dann liegen die Essentialia Nigozii trotzdem vor. Obwohl Sie den Preis offen gelassen haben, heißt das Essentialia Nigozii Preis hier, Preis wurde absichtlich dem Verkäufer überlassen. Sie können also immer da, wo Sie eine Pflichtangabe haben, auch einfach eine Lücke lassen und sagen, das wird hinterher bestimmt durch den oder den. Warum macht man das, wie gesagt, weil es Tagespreise gibt. Es gibt aber noch eine dritte Variante. Das sehen Sie hier. Sie können sagen, ich traue dem Fischhändler nicht. Oder ich traue dem und dem nicht. Sondern ich möchte, dass jemand Neutrales den Preis fest setzt. Sie können sagen, es gibt eine neutrale Person X und die soll den Preis festsetzen. Dann gilt als Preis das, was diese dritte Person sagt. Nochmal, vergessen Sie das, was Sie im ersten Semester gelernt haben, dass Essentialia Nigozii bestimmt sein müssen. Sie können auch stattdessen eine Lücke treffen, also keine Vereinbarung, und sagen, das soll nachher bestimmt werden durch den oder den. Das dürfen Sie offen lassen. Sie müssen nur dann sagen, wie es hinterher bestimmt wird. Klar, die unbestimmten Verträge. Geregelt ist das im BGB, und zwar in 315. Sie sehen hier wieder die Systematik. Ab 311 kommen Regelungen zu Verträgen, und 315 ist damit eine Regelung, die nur für Verträge gilt. Und die Regelung sagt uns zunächst mal, Wenn ich eine Leistungspflicht offen gelassen habe und gesagt habe, sie soll durch einen der beiden Vertragspartner bestimmt werden, dann erfolgt die Bestimmung durch eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Da steht in Absatz 2. Das heißt, ich sage Ihnen einfach, ich habe den Preis festgesetzt auf 1000 Euro. Punkt. Und Sache ist erledigt. Der andere muss nicht mehr annehmen. Es ist kein Vertrag, es ist einfach eine einseitige Erklärung, so wie eine Anfechtung oder eine Vollmacht. Einfach 1000 Euro und der andere hat kein Wahlrecht mehr. Die zweite Aussage, die die Norm betrifft, ist, wenn Sie nicht gesagt haben, nach welchen Kriterien er die bestimmen soll, dann könnte er sagen, ich will eine Milliarde, ich will alles Geld der Welt, dann sagt das BGB, wenn Sie nicht gesagt haben, welche Kriterien, dann gilt billiges Ermessen. Und billig heißt hier nicht der Ein-Euro-Laden, sondern billig heißt dasselbe wie immer im BGB, das heißt gerecht, fair, angemessen. Das heißt, er darf nichts völlig Unverhältnismäßiges nehmen. Und das BGB geht dann noch ein wenig weiter. Es sagt nämlich, wenn Sie gar nichts vereinbaren oder das billige Ermessen vereinbart haben, dann kann man das Ganze gerichtlich überprüfen lassen. Und wenn das Gericht sagt, das ist zu viel, dann muss das Gericht einen richtigen Preis festsetzen. Die können also sagen, der hat eine zu hohe Leistung bestimmt und dann kontrolliert das Gericht, ob das auch okay war. Einverstanden, das System? Wenn hier oben in Absatz 1 steht, im Zweifel nach billigem Ermessen, heißt das auch hier wieder, Sie können andere Kriterien bestimmen. Sie können zum Beispiel einen Rahmen bestimmen. Sie können sagen, einen Betrag zwischen 100 und 500 Euro. Dann darf er natürlich nicht 600 bestimmen. Sie können auch sagen, er muss bestimmen anhand des Börsenkurses. Er muss geguckt werden, was ist der Börsenkurs und dann darf er sich halt nur daran orientieren. Das können Sie ihm festsetzen. Das ist Ihre Entscheidung. Wenn wir dann einen Paragrafen weitergucken, dann finden Sie da eine Vermutungsregelung in § 316, wer die Leistung zu bestimmen hat, wenn Sie vergessen haben, das zu regeln. Und die sagt, grundsätzlich darf immer derjenige bestimmen, der die Gegenleistung bekommt. Das bedeutet, der Verkäufer kann den Kaufpreis bestimmen, weil er als Leistung die Ware liefert. Der Käufer kann die Ware bestimmen, weil er als Gegenleistung den Kaufpreis erbringt. Diese Regelung soll klarstellen, wenn nichts vereinbart ist, wer darf entscheiden. Kommt es aber nur darauf an, wenn es natürlich keine Regelung gibt. Dann kommen wir zum schwierigeren Teil, das ist § 317 und der sagt, was gilt, wenn die Leistung nicht durch eine der beiden Parteien bestimmt wird, sondern nicht einen dritten. Und dann sagt Absatz 1, das selber, was wir eben auch schon gesehen haben, im Zweifel brauchen wir hier wieder billiges Ermessen. Das heißt, auch hier sagt uns dann, das BGB darf der Dritte nicht sagen, ich habe keine Lust, 100 Milliarden und viel Spaß damit, sondern er muss sich vom billigen Ermessen leiten lassen. Bemerkenswert ist aber, Absatz 2, wenn Sie gesagt haben, es soll durch eine Gruppe von Personen bestimmt werden, dann müssen die sich einig werden. Nur dann, wenn alle der gleichen Meinung sind, gilt der Preis als festgesetzt. Ausnahme, es geht nur um Zahlen. Bei Zahlen sagt jeder eine Zahl und das wird einfach die Mitte gesucht. Toll. Also der eine sagt eine Million, der andere sagt Null, dann wird halt gesagt 500.000 zum Beispiel. Das ist nicht so schwierig. Dann kommen wir zu 318. 318 BGB ist im Grunde das, was wir eben in 315 Absatz 2 gesehen haben. wie wird die Bestimmung ausgeübt. Und das ist interessant, in so was als Absatz 1 sagt, der Entscheider, der nicht Vertragspartei ist, muss nicht etwa beiden sagen, wie er sich entschieden hat. Es reicht, wenn er einem der beiden das sagt. Er sagt also dem Käufer, du kriegst 1000 Euro und dann muss er nicht weiter tun. Und er sagt dem Verkäufer, zahl mal 1000 Euro. Er muss nicht beiden gegenüber was erklären, es reicht, wenn er einem was sagt. Und dann kommt eine Regelung in Absatz 2, die Sie total verwirren wird, weil das ist jetzt BGBAT. Die Anfechtung wegen Irrtums, Drohung oder Arktis gegen Ertäuschung steht nicht dem Dritten zu, der die Entscheidung gefällt hat, sondern den Vertragsparteien. Das heißt, Sie haben gesagt, der Preis soll bestimmt werden durch meinen Onkel Willi und dann hat Onkel Willi keine Möglichkeit anzufechten, sondern anfechten dürfen immer nur die Vertragsparteien. Das heißt, der Käufer oder der Verkäufer zum Beispiel. Und das Zweite ist, hier steht, die Anfechtung muss unverzüglich erklärt werden, das ergänzt 123, das heißt, auch bei Täuschung ist nach dem BGB grundsätzlich hier unverzüglich anzufechten. Wenn Sie also wissen, dass Onkel Willi bedroht worden ist oder getäuscht worden ist, dann müssen Sie unverzüglich anfechten. Sonst haben Sie Pech gehabt. Dafür ist die Frist hier länger. Sie sehen, hier steht 30 Jahre. Im BGB, vorne im AT, wenn Sie mal gucken, ist die Höchstfrist 10 Jahre. Das heißt, Sie haben dreimal so lange Zeit rauszufinden, dass Onkel Willi betrogen worden ist. Und dann kommen wir jetzt zu einer letzten Regelung in diesem Zusammenhang. Da sind Sie auch völlig frustriert, weil es so langweilig ist. 319 ist das, was wir in 315 in Absatz 3 haben. Also 319, 1 entspricht 315, 3 und der sagt, wenn der Dritt nach billigem Ermessen bestimmen soll, so ist die getroffene Bestimmung nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. Sehen Sie den Unterschied zu 315 Absatz 3. Es gibt einen. Es ist ein bisschen wie so ein Suchbild. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, in 315 Absatz 3 ließ es, wenn sich die Bestimmung verzögert und hier, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will er das nicht? Ja, das liegt ja daran, weil es in 315 um die Partei ging. Da fehlt hier der Dritte. Das heißt, das ist ja eigentlich nur eine sprachliche Unterscheidung. Hier muss die Bedingung offenbar und billig sein, weil 315 3 die Zuge von Billigkeit gewesen ist. Ja, 319 1 sagt, ist sie nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist und wenn Sie jetzt hier in 315 gucken, dann sehen Sie hier in Absatz 3, wenn sie der Billigkeit entspricht. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Dritte hat einen deutlich größeren Spielraum als die Vertragspartei. Das heißt, nur dann, wenn es so offensichtlich ist, dass es sich jedem aufdrängen muss, dass das nicht fair sein kann, ist es unwirksam. Wenn es irgendwie noch vertretbar ist, ist die Bestimmung durch den Dritten wirksam. Können Sie sich denken, warum das so ist? Dass man hier bei der Partei sagt, schon ein bisschen unbillig und alles unwirksam und beim Dritten sagt man, nur wenn es ganz offensichtlich ist. In der Tat, die Parteien wollen sich eh gegenseitig in die Pfanne hauen und deshalb muss man da einen strengen Maßstab anlegen. Der Dritte hat kein Interesse daran, eine der beiden Parteien zu begünstigen, also unterstellt man dem Dritten, dass er mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und wenn die Parteien wollen, dass ein Dritter entscheiden soll, soll man diesen Willen nicht mal schnell unterlaufen und sagen, soll doch ein Gericht machen. Das entlastet einerseits die Gerichte und andererseits, wenn die den Dritten ausgewählt haben, sind die ja selber schuld. Wer einem Dritten vertraut, muss damit leben. Wenn Sie weiter gucken, gibt es bei dem Dritten auch ausdrückliche Möglichkeiten, man sagt, der Dritte darf nach freiem Belieben entscheiden. Wie er will. Der Dritte kann sagen, ich würfle, ich mach Knochenwurf, ich zähle, wie viele Leute morgens die Straßenbahn steigen. Das ist alles seine Entscheidung, wenn Sie ihm sagen, er darf nach freiem Belieben die Entscheidung treffen. Und die bemerkenswerte Folge ist, wenn der Dritte dann keine Lust hat, was zu bestimmen, ist nicht nur die Bestimmung unwirksam, das Gericht kann sie treffen, sondern der ganze Vertrag ist nichtig. Wenn der Dritte also sagt, ich mach nichts, ich würfel nicht heute, dann ist der gesamte Vertrag nichtig. Toll. Jetzt will ich Ihnen praktische Anwendungsfälle zeigen, damit Sie auch sehen, da haben Sie was von, zum Beispiel das Glückshotel. Das klingt jetzt irgendwie nach Hochzeitsreise oder sowas, aber die Idee ist gar nicht dumm, das haben Sie manchmal als Roulette-Hotel, das können Sie mal gucken. Wenn Sie in Urlaub fahren, sagen Sie, ich will unbedingt nach Mallorca, und zwar El Arenal am Ballermann. Da gibt es da viele Hotels und jetzt können Sie heute alles buchen und zahlen da relativ viel Geld für. Sie können aber auch, und das ist bemerkenswert, sagen, ich möchte nach El Arenal zum Ballermann, aber ich überlasse ihm Reiseveranstalter die Wahl, in welches Hotel. Warum sollten Sie das machen? Ganz einfach, weil es dadurch deutlich billiger wird. Der sagt nämlich, wir haben Hotelkontingente gebucht und wir wissen nicht, in welchem Hotel die welche frei bleiben. Und dann kriegen Sie auch den Restplatz und dadurch kann der Ihnen besseren Preis gegeben. Das kann für Sie sehr gut sein, Sie kommen in das Fünf-Sterne-Hotel, weil da was frei ist. Es kann aber auch recht schlecht sein, weil Sie dann ins Ein-Sterne-Hotel kommen, wo dann irgendwie Ihnen die Kakellack in den sie weist. Also es ist ein bisschen Glück dabei, deshalb heißt das ganze Glückshotel. Und dieses Glückshotel funktioniert so, der Reiseveranstalter kriegt ein Bestimmungsrecht. Wer darf entscheiden, welches Hotel Sie kriegen. Oder um Ihnen ein anderes Beispiel zu machen, Sie können im Internet sogenannte Spiele-Bundles kaufen. Und da haben Sie dann die Wahl, wie viel Geld Sie geben. Pay what you want. Ab einem Euro kriegen Sie was. Ab einem Cent kriegen Sie was. Sie können aber auch theoretisch eine Milliarde eingeben. Sie haben das Bestimmungsrecht, wie viel Ihnen diese Leistung wert ist. Sie sehen Ökonomie beeindruckend. Wieso funktioniert das? Weil die Leute tendenziell dazu neigen, mehr zu geben, wenn sie selber entscheiden können, was sie geben. Ein psychologisches Moment, was Ökonomen in die Verzweiflung treibt. So, merken Sie sich, wenn im Vertrag nichts vereinbart ist, bestimmt die Partei, die die Gegenleistung bekommen kann. Ein Dritter ist immer nur dann berufen, wenn im Vertrag auch der Dritte benannt ist, logischerweise. Sonst kann kein Dritter berufen sein. Bei Dritten grundsätzlich billiges Ermessen und nur bei offenbarer Unrichtigkeit ist das Ganze nichtig. Ansonsten, wenn es im Belieben ist, ist der ganze Vertrag unwirksam, wenn er keine Lust hat. Grenze der Bestimmung ist 138, wenn man sagt, es soll, weiß ich nicht, der Götterbote bestimmen oder sowas, dann mag das nichtig sein, wenn eine der beiden Parteien ausgebeutet wird dadurch, aber die Bestimmung selber ist grundsätzlich nicht kontrollierbar. Bestimmung durch den anderen Vertragsteil ist deutlich problematischer, deshalb jede Bestimmung ist gerichtlich überprüfbar und der Richter hebt die Bestimmung auf, wenn er der Meinung ist, dass sie unbillig ist. Sie muss nicht offenbar unbillig sein, es reicht schon ein bisschen unbillig. Und da geht der Richter hin und sagt, stattdessen sagen wir sowieso. Bei den Vertragsparteien darf ich nicht vereinbaren, dass sie im Belieben entscheiden dürfen. Warum nicht? Weil wir sagen, das verstößt gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden, dass ich jemanden sozusagen ausbringen kann bis zum Letzten. Also Sachen wie im Märchen, ich erfülle dir jeden Wunsch, das ist unzulässig in Deutschland. Sie können keinen Vertrag schließen, der sagt, ich erfülle jeden Wunsch. Warum nicht? Weil die Leistungsbestimmung im Belieben nichtig ist. Und ich habe Ihnen noch einen Fall mitgebracht zu diesem Glückshotel. M und F, 60-jährige Rentner, hatten bei Reiseveranstalt eine Roulette-Reise für insgesamt 1200 Euro, also 600 Euro pro Person gebucht. Sie wurden am FKK-Hotel untergebracht, eine Abhilfe durch Unterbringung in einem anderen Hotel wurde verweigert, haben die beiden Rentner gegen den Reiseveranstalt Anspruch auf Rückzahlung eines Minderungsbetrages von 600 Euro aus 346 Absatz Damit wir sehen, warum ich diese Paragraphen da alle hingeschrieben habe, fangen wir mal vorne an bei 346 Absatz 1. Und jetzt sind Sie schon verwirrt, weil wenn Sie die lesen, steht da, hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewehren und gezogene Nutzungen herauszuholen und denken sich, Hä? Rücktritt? Wie kommt der hier auf Rücktritt? Deshalb gucken wir uns jetzt den nächsten Paragraphen in dieser Kette an, 651 D Absatz 1 Satz 1 Satz 2 6 651 D Absatz 1 Satz 2 sagt nämlich 638 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung Jetzt sind Sie schon verwirrt, ja? Absatz 1 Satz 2 Da steht 638 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung Jetzt gucken wir in 638 Absatz 4 Um Sie ganz zu verwirren 638 Absatz 4 Da steht drin Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung bezahlt So ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten Und jetzt kommt der wichtige Satz 346 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung Deshalb kommt unser 346 Absatz 1 Also Sie sehen der Gesetzgeber hat gesagt im Reisevertrag wenn Sie mindern finden die Regelung des Werkvertrags Anwendung und der Werkvertrag sagt es finden die Regelung des Rücktritts auf die Minderung Anwendung Warum macht der Gesetzgeber das? Um Ihnen das möglichst kompliziert zu machen Und jetzt was kommt hier noch 651 Absatz 1 Satz 1 Da steht Ist die Reise mangelhaft so mindert sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis Und jetzt kommt der wichtige Teil nach Maßgabe 638 Absatz 3 Jetzt gucken wir wieder 638 Absatz 3 Und da steht was ganz verwirrendes Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden hätte Nachdem wir jetzt alle völlig verwirrt sind nochmal die Zusammenfassung 346 1 ist die Anspruchsgrundlage Da steht drin Ist zurück zu gewähren Das ist die einzige Anspruchsgrundlage in der ganzen Kette Wenn die Norm alle durch gucken da steht nirgendwo was drin mit tun dullen oder unterlassen 346 ist die Anspruchsgrundlage 346 unmittelbar passt aber nicht deshalb brauchen wir den 651 D Absatz 1 Sat 2 der 4 verweist und der sagt ich darf den 346 1 anwenden Dann brauchen wir noch einen Grund und das ist 651 D Absatz 1 Sat 1 und der verweist auch den 6 38 Absatz 3 Sie sehen so schwierig kann man sich das alles machen und wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben ist das nicht schlimm weil das kommt doch mindestens 20 Mal so unabhängig davon müssen wir jetzt prüfen M und F könnten einen Anspruch gegen R auf Rückzahlung eines Minderungsbetrages von 600 Euro aus 346 651 651 Absatz 1 Sat 2 6 38 4 651 Absatz 1 Sat 1 6 38 Absatz 3 BWB haben und wir fangen ganz einfach an wenn Sie sich den 651 D mal angucken wir fangen hinten in der Kette an dann ist die erste Frage die wir uns stellen müssen was setzt diese Norm voraus was setzt unser 651 D voraus und wenn Sie da mal reingucken steht dann da ist die Reise im Sinne von mangelhaft wenn es um eine Reise geht muss man überlegen was ist so eine Reise wohl irgendwas mit Verträgen und wenn wir gucken wo ist was geregelt über Verträge dann stellen wir fest 651 a regelt den Reisevertrag der Reisevertrag ist genauso wie ein Kaufvertrag ein gegenseitiger Vertrag und 651 a sagt durch den Reisevertrag wird der Reiseveranstalter verpflichtet den Reisenden eine Gesamtheit von Reiseleistungen zu erbringen Frage haben wir hier einen Reisevertrag zwischen M und F und R sagen sie dazu haben die einen Reisevertrag geschlossen ja so ist so ist es also es ist Hotel und Flug das ist mehr als eine Leistung also haben sie eine Reise gebucht Frage ist die Leistung hinreichend bestimmt liegen die Essenziale vor Antwort welches Hotel es genau ist wurde offengelassen das dürfen sie aber nach 315 sie müssen nicht sagen welches Hotel gewählt ist die Frage die wir uns stellen müssen ist dann als nächstes wenn sie 651d weiter angucken steht sogar drin ist die Reise im Sinne des 651c Absatz 1 mangelhaft wenn sie sich 651c wieder angucken dann sehen sie Absatz 1 sagt der Reiseveranstalter ist verpflichtet die Reise so zu erbringen dass er die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern und wir müssen uns fragen liegt das hier vor gab es eine zugesicherte Eigenschaft der Reise haben die über irgendwelche Eigenschaften gesprochen sagen sie dazu haben die über irgendwas geredet nein steht nicht im Sachverhalt also sind wir bei der zweiten Variante wir müssen uns was fragen ist der Nutzen aufgehoben oder gemindert oder anders ausgedrückt ist sie mit einem Fehler behaftet der den Nutzen aufhebt oder mindert und ist das hier der Fall was sagen sie dazu als Kenner des deutschen Urlaubs ist der Nutzen aufgehoben oder gemindert jetzt müssen wir überlegen das ist eine schwierige Frage ja ja also wir haben Dach können was essen am Strand liegen ist alles dabei also eigentlich eine coole Sache ja in der Tat in den meisten Hotels haben die Leute was an ja dann sagen wir ja und ein Luxushotel halt wo kann man ohne Klamotten rumlaufen toll das ist doch schön für die warum ist es denn wie eine eine Sache die die Tauglichkeit für den gewöhnlichen oder nach dem Vertrag voraussetzten Nutzen aufhebt oder mindert die haben über gar nichts geredet die haben gesagt wir wollen irgendein Hotel haben ein Hotel gekriegt jetzt soll ich mal nicht meckern gab keine Ratten das Dach war dicht das Meer war blau Essen war gut was meckern die denn hier wenn sie ein anderes Hotel hätten haben wollen hätten sie nicht eine Roulette-Reise buchen müssen hätten sagen müssen ich will in das Hotel sowieso 5 Sterne Türkei tolle Sache kriegt man sehr günstig aber wer jetzt hier ein Roulette bucht muss damit leben was er kriegt was meinen sie dazu sie als alte Urlaubsfahrer was würden sie dazu sagen das ist kein Fall den ich mir ausgedacht habe das ist ein echter Fall ja eingewiesen ja also das Gericht hat gesagt wir müssen ja überlegen wenn man ein Hotel bucht dann bucht man es um sich da zu erholen und manche Menschen haben Hemmungen nackt rumzulaufen und es ist nicht der Normalfall die sagen nämlich die normale Unterbringung ist immer mit Kleidung und jetzt kommt die tolle Aussage auch in der heutigen Zeit entspricht es nicht jedermanns Geschmack sich in einer FKK-Anlage aufzuhalten fremde nackte Menschen um sich herum zu sehen und sogar selbst nackt herum zu laufen ja es kann auch davon ausgegangen werden dass nur ein ganz geringer Teil der Reisenden ein FKK-Urlaub bucht deshalb hat die Reise nicht die Beschaffenheit die man als normaler Urlauber erwarten kann das heißt der Erholungseffekt den man haben will tritt möglicherweise gar nicht ein und deshalb kann man dann auch eine Minderung verlangen weil sie gezwungen werden sich nackte Menschen anzusehen ja ist ein bisschen wie bei Sixth Sense ich sehe nackte Menschen ähm so also merke sie sich zum Leistungsbestimmungsrecht sie können im Vertrag bewusste Lücken vorsehen und sagen wonach die geschlossen werden entweder einer der Vertragsparteien bestimmt das oder ein Dritter und das Gericht kontrolliert das Ganze dann wenn der Vertragspartei das macht kontrolliert das Gericht danach ob es billig ist wenn ein Dritter bestimmt kontrolliert es danach ob es absolut unvertretbar offensichtlich unbillig ist und dann kann es seine Wertung an die Stelle setzen man kann auch eigene Kriterien vorgeben dann gelten halt die jetzt kommen wir zu etwas das ist ganz ganz wichtig nämlich zum Thema Gattungsschuld das was sie bisher immer vor Augen gehabt haben war die Stückschuld eine eindeutig bestimmte Sache die es genau ein einziges Mal auf der ganzen Welt gibt ja die Mona Lisa gibt es nur einmal das Grundstück was weiß ich Adenauer erlebt 42 gibt es genau einmal da gibt es nicht mehrere von die Realität ist aber dass es von den meisten Sachen viele gibt ganz viele und die Frage ist sie wollen im Zweifel nicht alle Cola Flaschen auf der ganzen Welt sondern nur irgendeine das heißt sie sagen ich möchte eine und dann wird jetzt kommt der tolle Effekt hoffe ich eine Sache da rausgezogen sehen sie das toll eine Sache wird rausgezogen ein bisschen so wie in der Schule in Storchaspik ich greife in den Topf und nehme eine Kugel raus ob es schwarz oder weiß ist und das haben wir hier auch aus der ganzen Menge aller Cola Flaschen wird eine herausgegriffen sie können sagen nach welchen Kriterien rausgegriffen wird als Käufer aber im Normalfall werden sie nicht sagen sie sitzen im Restaurant und sagen eine Cola bitte und sie sagen nicht aber bitte aus einer frischen Flasche oder sowas könnten sie sagen wäre zulässig das BGB hat das Ganze ausdrücklich geregelt in 243 ja also wenn sie gucken wir haben uns 241 angeguckt da steht das mit den Pflichten drin wir haben uns 242 angeguckt da steht das drin mit Treu und Glauben und jetzt kommt 243 da steht die Gattungsschuld das sind alle drei wichtige Regelungen nicht so wichtig wie 280 aber auch wichtig 243 hat zwei Absätze der erste Absatz soll den Gläubiger schützen das heißt derjenige der die Leistung bekommt und der sagt der Schuldner muss eine Sache mittlerer Art und Güte leisten das bedeutet er darf nichts schlechtes liefern nichts was unterdurchschnittlich ist er muss die Mitte treffen er darf besser liefern dann wird sich keiner beschweren er darf aber nicht unterdurchschnittliches liefern Absatz zwei soll den Schuldner schützen das heißt derjenige den die Leistung erbringen soll und er sagt der Schuldner schuldet nur noch eine bestimmte Sache wenn er alles erforderliche getan hat wenn ich sage nur der Gattung nach bestimmt fragen sie sich vielleicht was heißt das und jetzt kommt genau die Sache die wir eben hatten dass ich gesagt haben sie können einen Vertrag schließen und sagen liefer mir ein Auto der Vertrag sagt ich zahle 1000 Euro und du lieferst mir irgendein Auto von der ganzen Welt dann darf der Verkäufer hingehen und ihnen irgendein Auto mittlere Art und Güte geben das heißt er muss gucken wo es ungefähr der durchsteht bei Autos der vielleicht relativ niedrig ist weil es viele Schrottlauben gibt und dann sagt er okay ich darf ihnen nicht die Schrottlaube geben ich muss ihnen auch nicht das teuerste Modell geben und ich greife einfach in die Mitte diesen Vertrag wird kaum jemand schließen deshalb können sie das einschränken sie können sagen ich möchte einen Neuwagen zumindest dann darf er ihnen keinen Gebrauchtwagen geben aber er muss unter den Neuwagen gucken was ist die mittlere Qualität auch diesen Vertrag wird keiner schließen sie werden zumindest irgendwelche Vorgaben treffen zum Beispiel ich möchte ein rotes Auto oder ein pinkes Auto sie können dann noch weitergehen und sagen ich möchte ein pinkes Auto vom Hersteller XY und sie können sogar noch weitergehen und sagen ich möchte ein pinkes Auto der Autoreihe XY sie können also das immer genauer bestimmen je breiter der Kreis ist desto mehr Entscheidung Spielraum hat der Schuldner je genauer sie das Kriterium vorgeben desto weniger hat er wenn es irgendwann nur noch ein einziges Auto gibt dann hat er gar keinen Entscheidung Spielraum mehr es bleibt aber eine Gattung schuld weil es könnten ja neue hergestellt werden es könnte ja sein dass es mal mehr werden einverstanden gut dann wird es schwierig gucken wir uns mal in diesem Fall es gibt den Müller M und der Müller M hat eine Mühle sie kennen das es klappert die Mühle am rauschenden Bach und hier stellt die Mühle besonders feines Mehl her und der Wecker sagt dieses besonders feine Mehl möchte ich für meine Brötchen haben und dazu bestellt er 100 Kilo Weizenmehl es kommt wie es kommen muss die Mühle brennt ab warum weil der Feuerteufel da war und der hat einfach mal die Mühle abgefackelt 306 A StGB ganz gefährlich ganz strafbar ganz furchtbar allerdings hat der Müller kurz bevor die Mühle abgefackelt ist bereits 1000 Kilo Mehl an irgendwelche anderen Kunden geliefert der Bäcker sagt er ist ja wunderbar dann geh mal hin und kauf denen das Mehl was du denen lieferst wieder ab und dann kannst du es ja mir liefern und er setzt dazu eine Frist und sagt du hast jetzt 2 Monate Zeit mir das Mehl zu liefern was du dir mal beschaffen musst von deinen Kunden muss ja nur 100 Kilo liefern das geht ja dann 2 Monate gehen ins Land und jetzt sagt B jetzt kriege ich Schadensersatz denn du hast deine Pflicht nicht erfüllt und jetzt kommt wieder eine tolle Normkette Sie sehen es fängt an mit 280 Absatz 1 weil 280 ist immer bei Schadensersatz 280 dürfen Sie nie vergessen dann dann geht es aber weiter da steht hier Absatz 3 wenn Sie in Absatz 3 reingucken steht dann da Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des 281 282 oder 283 verlangen warum ist es Schadensersatz statt der Leistung das ist hier recht anschaulich ursprünglich hätte er bekommen müssen Leistung 100 Kilo Mehl die Leistung war Übergabe und Übereignung von 100 Kilo Mehl jetzt will er statt 100 Kilo Mehl Geld sehen ersetze Mehl durch Geld heißt ersetze Leistung durch Schadensersatz das heißt Schadensersatz statt der Leistung Geld statt Mehl Schadensersatz statt der Leistung deshalb brauchen sie 280 Absatz 3 und dann brauchen sie eine weitere Norm das heißt hier 281 der weitere Voraussetzungen aufstellt jetzt wie prüfen wir unseren 280 was ist die erste Voraussetzung die wir da prüfen müssen ja ein Schuldverhältnis und worin könnte hier in diesem Fall das Schuldverhältnis bestehen es könnte ein Werkvertrag sein ein Werklieferungsvertrag im Sinne von 651 es könnte aber auch was sein ein Kaufvertrag 433 ja es kann deshalb kein Werkvertrag sein weil er ja nicht irgendwie das Korn des Bäckers malen soll sondern 651 sagt auf einen Vertrag in dem neu herzustellende Sachen geschuldet sind findet Kaufricht Anwendung also es liegt wahrscheinlich ein Kaufvertrag vor Frage wurde eine Pflicht aus dem Kaufvertrag verletzt welche Pflicht hat man im Kaufvertrag welche Pflicht hatte unser Müller M aus dem Kaufvertrag ja ja genau er schuldete Übergabe und Übereignung von 100 Kilo Mehl aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB hat er diese Pflicht verletzt das könnte man meinen man könnte meinen er hat die Pflicht verletzt weil er hat sie nicht erfüllt er hat nicht geleistet aber wir haben schon kennengelernt dass solche Pflichten auch untergehen können wodurch gehen Leistungspflichten unter ja 275 Absatz 1 der uns nämlich sagt der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist das bedeutet wenn er nicht mehr leisten kann dann gibt es auch keine Leistungspflicht mehr und wenn es keine Leistungspflicht gibt kann er auch keine Leistungspflicht verletzen ohne Pflicht keine Verletzung einfach Frage die wir uns hier stellen müssen war das unmöglich ja man weiß es nicht er war der Schuldner der will zumindest eine Gründigung ein ist auch zu verkaufen zu lassen allerdings und dann hätte er vielleicht wenn es teuer gewesen wäre und es auch war verbunden wäre und es halt nicht machen aber er hat wie gesagt 200 Rücksicht genommen auf den BKB ja also das Argument lautet hier hat er ja immerhin zwei Monate Zeit gehabt er hat gar nichts getan er hätte es aber irgendwie versuchen können und deshalb hier Schadensersatz wegen des enttäuschten Vertrauens ja in der Tat wir können ja erstmal sagen das ist eine Gattungsschuld Mehl gibt es viel gehen Sie in den Supermarkt da kaufen Sie 100 Kilo Mehl und nehmen es dann mit und verkaufen es weiter Frage ist das hier so gemeint könnte er jetzt hingehen und sagen ich gehe mal nach Aldi da gibt es Mehl und dann habe ich es ja wieder es geht ihm ja gerade um das Mehl was der Müller herstellt ja und deshalb würde ich sagen ab 243 hat er grundsätzlich erstmal auch seinen Vorrat zu tun also Kilo zu liefern und es liegt aber ja Pflichtenkreises M also er darf selber bestimmen welchen Mehl er erfüllt er muss jetzt nicht künftes Mehl liefern soweit es nicht auf eine Vertragsvereinbarung möglich also in der Tat zunächst mal es ist nicht fest gesagt es muss aus dem Beutel kommen es ist nicht gesagt es ist Sack 1 dieser Sack Mehl muss geliefert werden das heißt es ist erstmal grundsätzlich eine Gattungsschuld aber die Gattung ist nicht so irgendwelches Mehl sondern es muss ausdrücklich das Mehl sein was der Müller M nach seiner besonders tollen feinen Maltechnik gemalt hat versteht hier Frage kann Müller M noch Mehl liefern was mit seiner besonders feinen Maltechnik gemahlen worden ist kann er das? er hat weder seine Mühle noch seine Vorräte aber wie könnte er sich wieder leistungsfähig machen? er muss ja nur 100 Kilo zurückkaufen hat gerade vor kurzem noch 1000 Kilo ausgeliefert wenn er von jedem so ein bisschen zurückholt er muss ja nur 10% von dem wieder zurückkaufen könnte er ja theoretisch wieder seine Pflichten erfüllen ja das kann er nicht sagen was könnte er aber sagen? er kann mit denen wiederum einen Kaufvertrag schließen und sagen ich habe dir das Mehl für 1 Euro verkauft ich kaufe es jetzt für 2 Euro zurück kann er machen ob was schlau ist weiß man nicht aber er könnte wenn er wollte wenn er denen genug Geld gibt irgendwann werden die ihm das Mehl liefern jeder Mensch ist bestechlich zumindest was Mehl angeht so Frage können wir das denn von dem erwarten dass er hingeht und Mehl kauft ist das so wenn Sie sich meinen 252 angucken dann sagt er soweit dies einen Aufwand erfordert der unter Beachtung des innersten Schuldverhältnisses und der Gebote von Trau und Glauben ist das Wichtige in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers stehen wenn ich Ihnen jetzt sage dieser Bäcker ist in ganz Bonn berühmt weil er die leckersten Brötchen hat und diese Brötchen kann er nur herstellen weil er dieses tolle Mehl hat und ohne das Mehl kann er keine leckeren Brötchen machen und sein ganzer Ruf geht den Bach runter er muss seine Bäckerei dicht machen er muss seine Angestellten entlassen er sorgt seine Massenarmut die Menschen in Bonn werden jammern Sie können sich gar nicht vorstellen wie das Schicksal eines Bäckers ist ohne das richtige Mehl kann auch der beste Bäcker nichts retten wo meistens das Mehl besonders grob sein muss nicht besonders fein aber eine andere Frage ja warum der Bäcker kann genauso gut Erkundigungen einziehen keiner von den beiden hat die zu vertreten ja der Brandstifter aber die Brandstifter der Gläubiger ist der Bäcker in dem Fall warum soll der Bäcker Schutzwürde sein als der Müller oder umgekehrt das wissen wir ja nicht haben die gesagt frisch hergestelltes Mehl das muss gerade frisch aus der Mühle laufen steht das so im Vertrag steht das so im Vertrag ja alle die sagen der Mann ist eh schon mal im Schicksal hart getroffen ohne Mühle ohne Vorräte steht da vor einer Ruine jetzt sage ich Ihnen der ist gut versichert gewesen der freut sich er wollte eh schon lange sich zur Ruhe setzen jetzt die Mühle abgebrannt die Versicherung zahlt ihm eine Million und er sagt wunderbar ich ziehe jetzt auf die Malediven und der arme Bäcker wie gesagt muss seinen Laden dicht machen kann keine Bullchen verkaufen hat keinen Angestellten mehr die Leute stehen auf der Straße müssen in der Bahnhofsunterführung rumgammeln ich habe noch eine Frage was ist von § 280 Absatz 1 Satz 2 das gilt nicht wenn der Schuldner den Wichtverletzungen nicht vertreten hat der Mühle ist dafür dass die Mühle abgebrannt ist ja er kann nicht dafür dass die Mühle nicht abgebrannt ist aber wofür kann er was wie der Kollege eben schon gesagt hat er kann was dafür dass er nicht mal einen Versuch unternommen hat wieder Mehl sich zu beschaffen also vertreten müssen können wir ihm vorwerfen im Hinblick auf die Nichtwiederbeschaffung des Mehls die einzige Frage die wir uns stellen müssen ist hat er eine Pflicht Mehl zu verkaufen was er nicht selber hergestellt hat sondern was er erst selber wieder zurückkaufen muss und die Antwort finden Sie nicht im BGB die Antwort finden Sie im Vertrag und dann müssen Sie sich überlegen was sagt der Vertrag und er sagt es soerweise gar nichts für den Fall und dann müssen Sie hingehen und den Vertrag auslegen wonach legen wir Verträge aus nach 133 und 157 157 sagt sogar traurig glauben aus das brauchen wir nicht oder 157 ist auch so wie ein Kriterium ja und dann fragen wir uns wie ist dieser Vertrag auszulegen was wollten die denn die Parteien ja ja also das Argument ist es gab ja noch gar keine konkreten 100 Kilo Mehl das heißt man wusste gar nicht auf welche Grunde ich es beziehen sollte aber was klar war ist die anderen 1000 sollten es auf jeden Fall nicht sein Sie können viel allgemeiner überlegen der Müller ja ja beide Parteien gingen davon aus dass der Müller das Mehl selber herstellt und nicht wieder irgendwie kauft der Müller ist kein Weiterhändler der Müller malt sein Mehl selbst das heißt aus dem Vertrag lässt sich entnehmen wenn Sie ihn vernünftig auslegen dass der Müller keinesfalls Mehl kaufen wollte der ist ja nicht blöd das wäre für ihn Verlustgeschäft der Müller hat nie eine Verlusterklärung abgegeben ich beschaffe hier das Mehl egal um welchen Preis umgekehrt auch der Bäcker konnte im Zeitungsvertragsschluss es nicht vom Müller erwarten dass er sagt wenn die Mülle abbrennt beschaffe ich das Mehl auf jeden Fall denn wenn er das gewollt hätte er das auch so nicht vereinbaren müssen der Normalfall den er erwarten konnte nach 133,157 ist dass der Müller sagt ich male dir frisch das Mehl und du kriegst nur das frisch gemahlene Mehl mehr kriegst du nicht das heißt Sie müssen in solchen Fällen immer gucken was wollten die Parteien und Sie müssen dazu erstmal gucken der Wille der einen Partei und dann der Wille der anderen Partei und wenn die sich nicht decken haben Sie schon mal ein Problem das ist ja immer ein verdeckter Dissens wenn die sich decken was der Normalfall sein sollte sagen Sie es gilt das was beide Parteien vereinbart haben und hier ist vereinbart du beschaffst mir das Mehl ausschließlich aus dem was du produzierst beziehungsweise aus dem was du frisch eingelagert hast man nennt das Ganze die Beschaffungspflicht wenn ich Ihnen sage ich beschaffe Ihnen 15 Flaschen Cola und zwar sagen wir mal ich beschaffe Ihnen 15 Flaschen Coca-Cola dann sage ich damit ich werde die Ihnen hier vorbeibringen wo ich die herkriege interessiert Sie gar nicht ob ich jetzt zum Getränkemarkt fahre ob ich nach Netto fahre ob ich nach Aldi fahre ob ich nach Real fahre es ist Ihnen völlig egal wo ich die Flaschen herkriege wenn ich sage ich bringe Ihnen hier 12 Flaschen dann muss ich gucken wo ich die herkriege und Sie können darauf klagen dass ich diese Flaschen irgendwo auftreibe das geht sogar bei Stückschulden wenn ich Ihnen sage ich beschaffe Ihnen das Gemälde XY von Picasso dann muss ich Ihnen dieses Bild beschaffen egal was es kostet egal wie viel Mühe ich dafür aufwenden muss das ist meine Pflicht ich kann mich selber zu verpflichten und jede Gattungsschuld enthält grundsätzlich die Pflicht der Beschaffung der Müller kann nicht sagen ich habe keine Lust mehr ich male kein Mehl mehr und sagen ich habe jetzt halt keins mehr sondern der Müller muss so lange malen wie er malen kann bis zum letzten Tag bis er tot in der Mühle liegt muss er malen und das BGB ist sogar noch brutaler wenn Sie in 276 Absatz 1 sehen dann steht da drin der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten jetzt kommt das Wichtige wenn eine strengere Haftung aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses insbesondere aus einem Beschaffungsrisiko zu entnehmen ist und dieses Beschaffungsrisiko besteht darin wer sich verpflichtet eine Sache zu beschaffen übernimmt auch das Risiko dass es scheitert er sagt ich garantiere dafür mit meinem guten Namen das wird schon klappen wenn Sie also versprechen ich beschaffe hier zwei Kästen Cola und das nicht hinkriegen dann müssen Sie Schaden da zahlen auch wenn Sie alles getan haben was einem Menschen zumutbar ist selbst wenn ganz deutlich eine Colaarmut ausgebrochen sein sollte können Sie dann sich Ihrer Pflicht nicht entziehen also versprochen versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen gilt hier ganz besonders wenn Sie Gattungsschulden vereinbaren dann können Sie Ihre Versprechen nicht mehr brechen das ist Beschaffungsrisiko die Ausnahme ist wenn Sie sagen ich mache nur folgende Sachen und wenn die scheitern bin ich aus meiner Pflicht raus Sie können zum Beispiel sagen ich bringe dir einen Kasten Cola von Real mit dann sind Sie nicht verpflichtet wenn bei Real keine Cola mehr ist noch zum Getränkemarkt und nach Aldi und nach Netto zu fahren dann sagen Sie einfach ich war nur verpflichtet hier bei Real nach einem Kasten Cola für dich zu gucken auch in unserem Müller Fall war das eine sogenannte beschränkte Gattungsschuld Sie haben gesagt ich liefere nur aus meiner Mühle zwar nicht ausdrücklich aber konkludent wenn wir es vernünftig auslegen und das nennt man Vorratsschuld und bei der Vorratsschuld habe ich nur die Pflicht zu liefern solange der Vorrat reicht Sie kennen das vielleicht auch aus dem Zeitungsanzeichen und drunter klein Lieferung nur solange der Vorrat reicht das ist eine Beschränkung und soll sicherstellen dass Sie nicht nochmal nachbestellen müssen kommen wir zu 243 Absatz 2 BGB 243 Absatz 2 BGB sagt wenn Sie eine Gattungsschuld haben dann beschränkt sich diese Gattungsschuld auf einen Gegenstand wenn Sie das erforderliche getan haben schreiben Sie bitte nicht die Gattungsschuld wird zur Stückschuld das stimmt nämlich nicht die Gattungsschuld bleibt eine Gattungsschuld aber eine Gattungsschuld die nur auf diese eine Sache beschränkt ist der Unterschied ist es gibt manche Normen im Gesetz die sprechen das Wort Gattungsschuld an die bleiben weiterhin anwendbar auch wenn konkretisiert worden ist wenn Sie den 243 Absatz 2 lesen ist der entscheidende Ausdruck das seinerseits erforderliche und was das ist richtet sich danach was für eine Art von Schuld vereinbart ist wir haben da letzten Donnerstag darüber gesprochen bei einer Hohlschuld ist erforderlich dass der Schuldner die Sache beiseite stellt abgrenzbar von allen anderen und den Gläubiger informiert dass die Sache bereit steht wichtig und wenn er einfach nur 100 Säcke Mehl da stehen hat und sagt du kannst dir einen Sack abholen reicht das nicht er muss den einen Sack beiseite stellen erste Voraussetzung wenn er nur den Sack beiseite stellt ohne anzurufen reicht das auch nicht weil wir wissen ja nicht welchen Sack er jetzt hier haben soll der Gläubiger muss informiert werden dass ein Risiko gestiegen ist dass jetzt nur noch ein bestimmter Sack für ihn bereit steht beide Voraussetzungen müssen vorliegen wenn eine fehlt keine Konkretisierung bei der Schickschuld hat der Schuldner seine Pflicht erfüllt das sehen Sie hier sobald er dieses Paket dem DHL-Mann in die Hand gedrückt hat mehr muss er nicht tun das heißt wenn das auf der Fahrt kaputt geht muss er nicht nochmal ein neues Paket hinterher schicken Sache weg Feierabend wenn das Paket verloren geht kriegen Sie halt nichts der für Sie als Kunden bester Fall ist die Variante dass der Verkäufer sagt ich bringe dir das persönlich vorbei oder ich schicke meine Leute bei der Einbauküche zum Beispiel oder wenn Sie irgendwelche Möbel sich liefern lassen dann ist es so erst dann wenn er es Ihnen persönlich übergeben hat ist die Gefahr übergegangen wenn Sie auf der Strecke nicht bei Ihnen ankommt die Ware muss er halt nochmal dasselbe Paket losschicken mit einem anderen Menschen also das Erforderliche richtet sich danach was der Schuldner tun muss und das richtet sich wiederum danach was als Pflicht vereinbart ist die schwierigste Frage ist kann man das Ganze wieder rückgängig machen wenn Sie einmal den Sack Mehl beiseite gestellt haben und angerufen haben und dann kommt jemand und sagt ich kaufe alle 100 Säcke können Sie dann den Sack den Sie sich schon bereitgestellt haben verkaufen und dann einfach einen anderen Sack wenn wieder ein neuer da ist diesen zur Erfüllung übergeben nochmal Sie sind Müller Sie haben eine Mühle und da haben Sie Mehl und Sie haben da 100 Säcke Mehl stehen und Sie haben einen Sack mühsam beiseite geschleppt für den Bäcker B und haben ihn angerufen und haben gesagt ich habe für dich einen Sack beiseite gestellt jetzt kommt der X und sagt ich backe einen großen Hochzeitskuchen und ich brauche alles Mehl was du hast der kauft ihr ganzes Mehl zum doppelten Preis und dann sagen Sie ja du kannst diese 99 Säcke haben aber der eine der steht für B da dann sagt der X ja dann kommt das Geschäft nicht zustande weil das würde das würde nicht reichen für die riesen Hochzeitstorte also sagen Sie als schlauer Müller komm nimm die kompletten 100 Säcke dann male ich halt nochmal einen weiteren Sack Mehl für den B der kommt ja eh erst heute Abend Frage geht das und dazu gibt es zwei Meinungen die einen sagen ja und die anderen sagen nein das ist nicht so schwierig ja also ich glaube diesen Meinungszeit kann man sich relativ leicht erschließen die einen sagen ja die anderen sagen nein die Frage die wir uns stellen müssen ist warum sagen die ja und warum sagen die nein die einen sagen im Gesetz steht davon nichts im Gesetz steht wie sich die Sache auf einen Gegenstand beschränkt da steht aber nicht man kann das rückgängig machen und wenn der Gesetzgeber gewollt hätte dass man es rückgängig machen kann hätte er es reingeschrieben also kann man es nicht rückgängig machen also Pech gehabt das bedeutet für unseren Fall wenn jetzt zufällig der Bäcker kommt und sie haben noch keinen Sack da stehen und der merkt das dann hat der Bäcker keinen Anspruch mehr auf Lieferung von Mehl und sie haben keinen Anspruch mehr auf Geld der Vertrag ist schlicht nicht mehr erfüllbar der Bäcker richtet Schadensersatz statt der Leistung schockierend aber wahr die Gegenmeinung sagt das ist doch völliger Quatsch der hat ja wieder einen neuen Sack am Abend und dann ist doch Ruhe wo ist denn da das Problem er malt und dann hat er wieder einen neuen Sack Mehl welchen Sack Mehl jetzt der Bäcker kriegt ist ihm völlig egal der hat ihn ja noch nicht mal gesehen der hat ja gar keine emotionale Bindung aufbauen können und sagen können das ist mein liebster Kuschelsack oder sowas ja im Gegenteil ich habe Ihnen eben gesagt der 243 Absatz 2 soll nur den Schuldner schützen denn der Schuldner muss danach nicht mehr nachkaufen wenn die Sache untergeht und auf Schutz kann man bekanntlich verzichten also darf der einfach sagen okay dann ist die Sache halt nicht mehr für dich bereitgestellt und dann kommt wieder die andere Ansicht und sagt ja ja das klingt ja gut aber das fordert den Missbrauch ja hinaus heraus man kann ja hingehen und sagen konkretisiert ach doch nicht mehr wieder konkretisiert ach doch nicht mehr und je nachdem wenn was kaputt geht sagt man dann ja ja war konkretisiert und dann muss man nicht mehr leisten und dieses Ergebnis sei völlig ungerecht und deshalb dürfte man das nicht machen in der Praxis kommt es da nie drauf an deshalb gibt es da auch keine einheitliche Rechtsprechung die einen machen so die anderen machen so denn beide Ansichten sagen naja aber wenn es doch irgendwie ungerecht wäre können wir es korrigieren mit 242 BGB dann sagen wir grundsätzlich zwar ja aber ausnahmsweise doch mal nein und die anderen sagen grundsätzlich nein aber ausnahmsweise doch mal ja in der Klausur müssten sie diesen Streit darstellen und dann überlegen ob eine Ausnahme vorliegt die müssen erstmal den Grundsatz darstellen dann die Ausnahme und dann müssten sie sagen wie sie es entscheiden der vorletzte Punkt für heute was ist mit Geld Sie wissen vielleicht wenn ich Ihnen 1000 Euro schulde dann kann ich die 1000 Euro in 5 Euro scheinen in 100 Euro scheinen in 200 Euro scheinen in 500 Euro scheinen in allem möglichen kann ich Ihnen zahlen Frage ist Geld eine Gattungsschuld und wenn Sie sich jetzt den 243 angucken müssten wir gucken ob die Regelungen Sinn machen wir fangen mit Absatz 1 an da steht drin wer einen nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet hat eine Sache mittlerer Art und Güte zu leisten Frage macht das bei Geld Sinn müssen Sie Geldscheine mittlerer Art und Güte leisten die Antwort lautet alle Geldscheine sind gleich egal ob die Risse haben ob die irgendwelche düsteren Flüssigkeitsflecke haben die Sie nicht haben wollen ob die angefressen sind von irgendwelchen Ratten jeder Geldschein ist gleich Geldscheine haben keine Unterschiede Sie können nicht sagen ich möchte welche mit geraden Nummern oder sowas Geldscheine sind gleich das heißt es gibt keine mittlere Art und Güte es gibt einfach nur Geld oder kein Geld dann gucken wir uns den Absatz 2 an und der sagt die Gefahr wird konkretisiert wenn der Schuldner seinerseits erforderliche getan hat davon haben wir aber letzte Woche eine Ausnahme kennengelernt nämlich 270 und der sagt Geld wird auf eigene Gefahr verschickt das bedeutet bei Geld ist es immer so wenn das Geld nicht ankommt muss ich nochmal neu bezahlen das heißt es wird nicht konkretisiert ich das Geld beiseite legen und sage ich habe schon mal einen Umschlag für dich gepackt oder es wird nicht konkretisiert indem ich sage ich habe es für den Boten übergeben Geld wird erst dann konkretisiert auf die einzelnen Scheine wenn der andere das Geld auch wirklich in Empfang genommen hat das heißt 243.1 passt nicht weil alle Geldscheine gleich sind und 243.2 passt nicht weil es keine Konkretisierung gibt sondern die Gefahr erst übergeht wenn das Geld auch wirklich angekommen ist wie sieht es aus wenn ich zu hohen Geldfragen in Centstücken ja das steht auf dieser Folie das steht hier niemand ist verpflichtet mehr als 50 Münzen bei einer einzelnen Zahlung anzunehmen das heißt 50 Münzen das Maximum Sie können nicht 100 Euro in Centstücken bezahlen das darf der andere dann verweigern selbst das ist gesetzlich geregelt Sie sehen man hat an alles gedacht so dann sind wir für heute auch am Ende wir sehen uns dann morgen früh wieder und dann geht es weiterhin um Leistungspflichten und dann können wir an formally um vier sie vier an vier fünf k investor v Vielen Dank.